Es geht heute nach Miami, denn es geht morgen auf die Norwegian Getaway. In diesem Fall bin ich jetzt gerade gelandet in Venedig. Ich hatte ja gedacht, das ist auf Englisch so ein Mist. Ich verstehe gar nichts. Jetzt sind wir hier angekommen an Bord. Man könnte jetzt hier mal durchzählen. Es sind alle Kabel da. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ich bin auf dem Flughafen Barcelona, habe gerade schon gesehen. Hier ist mein Koffer. Denn es geht auf die Costa Mediterranea. Ich zeige euch mal, wie man Egg Benedict macht. Auf der niegelnagelneuen Majestic Princess von Princess Cruises. Sie ist für den chinesischen Markt. Das erklärt die Schriftzeichen darunter. Ich glaube, es heißt Schweinefleisch süß-sauer. Endlich wieder ein Kreuzfahrtschiff, wo es hier mein Lieblingsgetränk gibt. Den guten ungesüßten Eistee. Auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Bananen. Aber bitte mit Sahne. Ich taufe dich auf den Namen. Mein Schiff. Sechs. Aber man zahlt dann die Getränke gegen Aufpreis. Also das ist dann nicht mehr Teil. AIDA Perla, zweites Schiff dieser Klasse nach der AIDA Prima. Hallo. Kann ich mal schauen, was... Oh, das ist Obst. Genau. Thank you. Also hier. Scheiße. Ah. Ich sage Hans und ich von Matthias. Hallo. Komm doch noch mal. Kann ich. Ich hab so wenig Geld drauf. Kann ich. Blocki. Ja. Der erste Blick aus dem Transferbus auf die MSD Meraviglia. 3, 2, 1, GO! Auf die Koningsdame von Holland America Line. Bin ich sehr gespannt. Geht es eine Woche lang Richtung Norwegen. Ich bin 1, 7, 7. Ähm. Ja. Even hier nur. Wir haben aber nicht even. Geht es heute das erste Mal auf einen Fluchskreuzfahrtschiff von Arosa. Bin ich wirklich sehr gespannt. Also das ist ja hier... Das ist ja der Hammer hier. Das ist... Halten wir mal fest. Es ist keine normale Kabine, sondern das muss hier irgendwie die Residential Suite oder so sein. Wir sind mit der Europa 2 auf den Weg nach Döteborg. Und jetzt? Das ist ja der Hammer. So, wer möchte nochmal... Ach. Ja. Oh mein Gott. 3, 2, 1... Oh mein Gott. Wahnsinn! Exit. Mein Koffer ist nicht da, ja. Weil wir hatten in München beim Umstieg auch wirklich nur ganz, ganz, ganz wenig Zeit. Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen von der niegelnagelneuen MSC Seaside. Herzlich willkommen von der Amadea. Ansonsten sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Also macht's gut, bis dann. Aber wie krieg ich jetzt die Lampe hier vorne noch aus? Äh, ah, jetzt da hinten wieder alles angegangen. Also irgendwie, es ist nicht idiotensicher, muss man sagen. Oh nein, es geht nicht. Also es ist ja, das macht mich wirklich wahnsinnig. Ah, es hat geklappt. Also in diesem Sinne, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Oh nein, es geht nicht.